Der Chef der Abteilung Pferdesport in Langenstrieges soll es jetzt richten. Für Langenstrieges, Bierschmiede und Don't Give Up. Den richtigen Namen hat er schon unter dem Satz. Und Bierschmiede geht jetzt los. Uhr ist gedrückt und Zeit läuft. Wollen wir mal sehen, was hier unser Chef der Abteilung Pferdesport in Langenstrieges so in die Bahn bringt. Das sieht am Anfang ganz gut aus. Grün-weißen Helm hat er auch auf dem Kopf. Jetzt geht es in den Pulvermann hinein. Ich denke, bei einer ganz guten Zwischenzeit. Mauer nicht vergessen, lieber Pierre, weil das taucht ja auch zu. Aber das Absteigen, das dauert viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Das hätte ich schon 100%ig geschafft. So, ins Auto rein. Oh, das haben wir auch schon mal schneller gesehen. Oh, die Jungs wären auch nicht jünger. Das haben wir alles schon schneller gesehen, Herr Spieler. In dem Moment, wo der Gurt liegt, muss der erste Gang schon drin sein. Sonst wird das gar nichts. So. Aber er hat die Kenntnis des zweiten Gangs. Das ist schon mal ein Vorteil. So, jetzt geht das hier los. Das könnte gefühlsmäßig eine neue Bestzeit geben. Wollen wir mal sehen, wie ihr da hinten einfädelt. Ja, das ging so mäßig. Auch so ein bisschen Angst vor der Barriere. So, jetzt auch vom Pulvermann hat er so ein bisschen Angst, wie wir sehen. Ja, so, auch diese Kurve, diese Kurve. Ich gehe lieber ein bisschen rüber. So. Bremsen bleibt auch hier. Abgewürscht hat er auch. Das kostet eine Runde. Geht eigentlich, gibt es auch so etwas persönlich. Vom Chef. Oh, das war vielleicht die Neubeszeit. Ich denke, das war sie. Das waren 86 Sekunden. Oh, 86 Sekunden. Und das wird jetzt schwer für UND. Und das wird jetzt schwer für UND.